Hallo und herzlich Willkommen bei Sugar Princess! Heute zeige ich euch wieder ein ganz, ganz klassisches Rezept, eine Torte Birne Helene, also mit Schokolade, mit Birnen und mit einer leckeren Sahnehaube und die sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch fantastisch und ich zeige euch wie immer jetzt erstmal die Zutaten. Wir benötigen drei mittelgroße Eier, am besten zimmerwarm, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, zwei Dosen Birnen, große Dosen mit je 460 Gramm Abtropfgewicht, zweimal Zartbitterschokolade und zweimal klaren Tortenguss, am besten ungezuckert, 400 Gramm Sahne, zwei Päckchen Sahne fest, etwas Vanillezucker und zum Verzieren dann eine Zartbitterraspelschokolade oder hier diese Zebra-Röllchen, die sehen auch schön aus und wer möchte, kann etwas Eierlikör obendrauf träufeln. Dazu benötigt ihr eine 26 cm Springform, am besten nur den Boden mit Backpapier bespannen oder einfetten, die Ränder bleiben ungefettet. Alles weitere und wichtige zur Herstellung eines guten Biskuits findet ihr in meinem Biskuit-Video, das verlinke ich euch gerne hier oben. Ich heize mir den Ofen jetzt auch schon vor, auf 175 Grad Ober- und Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Das ist ganz wichtig, denn der Biskuit darf auf keinen Fall lange stehen, nachdem er zubereitet ist. Und da das richtig schnell geht, ist es immer wichtig, den Ofen sofort vorzuheizen. Als erstes werden wir uns mal die Eier vornehmen. Das Eiweiß gebe ich jetzt in die Schüssel und das Eigelb in die und dann nachher werde ich beides separat aufschlagen. Hier in der Schüssel ist jetzt das Eiweiß und da gebe ich noch eine Prise Salz dazu, dann lässt es sich leichter aufschlagen. Wenn das Eiweiß so schön festgeschlagen ist, dann kann ich mich um die Eigelb kümmern und die schlage ich jetzt zusammen mit etwas Wasser und dem Zucker auf. Und da vergebe ich jetzt das Wasser zu den Eiern hinzu. Also die Masse sollte richtig schön dickflüssig sein, kann ruhig fünf bis zehn Minuten geschlagen werden. Jetzt können wir uns diese schaumig geschlagene Eiermasse hier einfach zu dem Eischnitt dazugeben. Und dann geben wir uns noch das Mehl darüber und sieben das am besten. Dann wird das besonders schön luftig, die Masse. Und jetzt arbeite ich ohne Küchenmaschine weiter und hebe das einfach gerade alles nur miteinander unter, sodass eine luftige Biskuitmasse entsteht. Und dabei ist es super wichtig, dass man nicht überrührt. Es soll wirklich nur gerade untergehoben werden alles. Und sobald keine Mehlnester mehr zu sehen sind, ist die Masse auch schon fertig und kann dann auch gebacken werden. Die Masse sollte jetzt sofort umgefüllt werden in die vorbereitete Form. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie darf auf keinen Fall stehen lange, denn dann verliert sie an Luftigkeit und ihr habt danach einen Boden, der euch zusammenfällt. Also wirklich immer darauf achten, dass der Ofen gut vorgeheizt ist zuvor, bevor man den Boden zubereitet. Denn das geht ja doch recht schnell. Und ansonsten hat man nämlich einen Boden, der zu lang warten muss aufs Backen. Das Ganze jetzt noch vorsichtig glatt streichen in der Form. Der Boden ist fertig und kann jetzt in den vorgeheizten Ofen eingeschoben werden. Wie gesagt, 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Und dann einfach schauen, wenn er zu schnell bräunt, die Hitze etwas runterstellen. Den Backofen beim Backvorgang auf keinen Fall öffnen. Dann fällt euch die luftige Masse zusammen und wie gesagt, die Masse auch nicht lang stehen lassen, sondern sofort nach der Zubereitung backen. Nach 25 Minuten ist der Kuchen jetzt fertig. Sieht wunderschöne goldbraun aus. Nach einer Weile ist der Kuchen schön abgekühlt und hat sich ein bisschen gesetzt und da können wir ihn auch aus der Form rausschneiden. Und einfach stürzen auf das Kuchengitter und jetzt den Boden der Form abnehmen und vorsichtig das Backpapier abziehen. Ich habe den Kuchen jetzt erstmal auf dem Tortenretter auf meine Drehplatte gesetzt, weil ich nachher noch die Freiheit haben will, zu entscheiden, welche Platte ich dann letztendlich drunter setze. Jetzt habe ich mir noch den Tortenring drum gestellt und jetzt kann das Ganze erstmal beiseite gestellt werden, denn jetzt müssen wir uns natürlich um die Füllung kümmern. Und dazu brauchen wir jetzt die Birnen und die Schokolade. Die Birnen werde ich mir jetzt abschütten, weil ich den Saft noch benötige. Also den Saft auf keinen Fall wegschmeißen. Das Ganze schön abtrocknen lassen und zwei von diesen Birnenhälften benötigen wir noch für die Dekoration, also zwei bis vier, je nach Größe der Birnen. Und mit dem Saft und der Schokolade und dem Tortenguss werden wir uns jetzt eine schöne schokoladige Creme für die Birnen anrühren. Während ich jetzt hier meinen Tortenguss in sechs Esslöffeln von dem kalten Birnensaft auflöse, habe ich den anderen Tortenguss, die 440 Milliliter, schon auf dem Herd und lasse sie da warm. Das Ganze hier verrühren, damit es einfach keine Klümpchen gibt. Da können wir uns auch schon die Schokolade auspacken und in Stücke brechen und die kann dann nachher in der erhitzten Birnenflüssigkeit geschmolzen werden. Den Birnensaft habe ich mir gerade nur auf dem Herd erhitzt und gebe jetzt einfach die Schokolade dort hinein. Vorsichtig, dass es nicht spritzt. Und lasse das Ganze darin schmelzen. Jetzt gebe ich den in der Birnenflüssigkeit angerührten Tortenguss noch hinzu und lasse das Ganze auf dem Herd einmal aufkochen, bis es andickt. Und sobald es einmal aufgekocht ist und dick geworden ist, können wir uns die Beiseite stellen, die Füllung und die Birnen auf dem Boden verteilen und dann das Ganze auch schon auf den Boden geben. Die Birnenhälften jetzt auf dem Boden verteilen. Wie gesagt, bis auf die, die ihr zur Dekoration benötigt. Dabei vielleicht auch ein bisschen Rand freilassen, damit die Schokolade die Birnen schön umhüllen kann. Der Boden kann auch gerne noch getränkt werden mit Likör, zum Beispiel Birnenlikör natürlich. Die restlichen Birnen beiseite stellen und jetzt können wir uns auch schon unsere Schokoladenmischung, unseren Schokoladenguss quasi, auf die Birnen geben. Der ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Einmal noch durchrühren, dass sich keine Haut bildet. Das jetzt gerade hier drüber geben. Schauen, dass alles schön bedeckt ist. Und Achtung, das zieht wirklich ziemlich schnell an, die Masse. Also wirklich gucken, dass man es schnell verteilt. Jetzt muss die Torte natürlich hier auskühlen und das mache ich jetzt wie immer über Nacht. Die Torte war jetzt bei mir über Nacht wie immer im Kühlschrank, ist schön fest geworden. Und jetzt werde ich mir die Sahne steif schlagen und dann die Torte final dekorieren. Die Sahne in die Schüssel. Die sollte wie immer gut gekühlt sein, dann lässt sie sich besser aufschlagen. Und die Sahne wie immer etwas anschlagen und dann das Sahnefest und den Vanillezucker hinzugeben. Und sobald die Sahne so richtig schön fest ist, können wir die Torte final dekorieren. Ja und so sieht die Torte jetzt aus. Ich hatte sie wie gesagt abgedeckt im Kühlschrank und sie lässt sich jetzt auch ganz gut vom Rand hier lösen. Das hat sich alles gut einfach von selber zusammengezogen. Den Tortenring öffnen. Wenn ihr die Torte so lassen wollt und obendrauf die Schicht Sahne nur haben wollt, dann lasst ihr natürlich den Tortenring drum. Dann lässt sich das einfacher verstreichen. Aber ich werde jetzt sie komplett einstreichen und deswegen habe ich den Tortenring abgemacht. Ja und zum Dekorieren gebe ich mir jetzt einfach so ein bisschen Sahne hier oben auf die Torte. Einen Teil der Sahne werde ich mir natürlich übrig lassen für die Tuffs am Ende. Und das Ganze jetzt wie immer von oben zu den Seiten runter verstreichen. Und es darf oben drauf auch eine richtig schöne dicke Schicht sein. Jetzt gehe ich noch an der Seite runter und streiche die Seite erstmal einmal ein, damit ich die Krümel hier unten binde. Ja und wenn die Torte einmal so schön eingestrichen ist mit der Sahne, lasst euch dafür wirklich Zeit. Das dauert etwas. Dann könnt ihr mit der Teigkarte hier einfach vorsichtig die Überreste abnehmen, sodass sie wirklich richtig schön gerade wird. Die Teigkarte im Winkel von 45 Grad ansetzen und einfach entlang ziehen und abstreichen. Jetzt brauchen wir noch oben den letzten Schliff und da gehen wir immer von außen nach innen und drehen dabei so unsere Platte. Streichen zwischendurch ab und dann wird auch oben die Torte ganz schön glatt und eben. Ich bin zufrieden, ich habe eine scharfe Kante und jetzt werde ich die Torte einteilen und hier oben klassische Tuffs spritzen und sie noch mit etwas Birne und Schokolade verzieren. Dafür würde ich sie jetzt allerdings zuerst auf meine Tortenplatte setzen. Ich gehe jetzt mit dem anderen Tortenretter hier drunter noch, dann kriege ich sie besser ab und lasse sie möglichst mittig auf die Platte gleiten. Jetzt stelle ich die Torte wieder auf meine Drehplatte zum finalen Verzieren. Das geht dann einfacher, dann kann ich sie nämlich gleichzeitig auch drehen. Und jetzt teile ich mir die Torte ein in 16 Stücke. Mit der übrigen Sahne werde ich jetzt meinen Spritzbeutel mit Sterntülle befüllen und spritze noch ein paar Tuffs oben auf die Torte. Wunderschön! Könnte man auch schon so servieren. Sieht einfach klasse aus. Jetzt gebe ich noch 16 Birnenschnitze hier auf die Stücke und ich lehne die so ein bisschen an die Sahne an. So, für den Kontrast. Also ich finde sie auch so sehr, sehr schön, aber werde ich jetzt in der Mitte noch etwas Schokospäne geben. Am Schluss auf jedes Sahnehäubchen noch ein Zebra-Röllchen. Und das letzte Röllchen. Und dann ist die Torte fertig. Wer möchte, der kann natürlich noch etwas Eierlikör hier oben in die Ritzen gießen oder über die Birnen. Da werde ich das Törtchen mal für euch anschneiden und mal schauen, wie es schmeckt. Und so sieht das Törtchen aus. Sehr lecker. Ein bisschen wackelig ist es. Gleich mal noch wie immer ein zweites Stück. Sehr schön. Jetzt noch etwas Eierlikör oben übergießen. Wer mag, natürlich nur für die Erwachsenen. Also, heute habe ich Glück. Sophie ist da zum Probieren. Ich habe gehört von einigen Leuten, sie wünschen sich, dass mal wieder ein Kind dabei ist. Sie ist schon erwachsen, sie darf schon Eierlikör. Und deswegen habe ich uns beiden jetzt ein bisschen Eierlikör schon aufs Stück gemacht. Also, lass uns probieren. Also, ich finde die Torte echt genial. Ich finde, erstens sieht sie wunderschön aus. Sie schmeckt echt super gut. Auch mit dem bisschen Eierlikör, das muss einfach, für mich muss es sein. Es gibt im Ganzen noch das Tüpfelchen auf das i. Fluffiger Biskuit, schöne schokoladige Creme, die Birne dazu und die Sahne. Also, echt fein. Was sagst du? Ja, fein ist das richtige Wort. Echt fein, echt festlich. Das war meine traumhafte Torte Birne Helene. Ich finde sie einfach ein Gedicht, nicht nur vom Aussehen, auch vom Geschmack her. Die wunderbaren Birnen und die Schokolade und der fluffige Biskuit und das Äußere absolut traumhaft und festlich. Genau richtig für den Herbst, für die Birnenzeit. Ich freue mich auf eure Fotos, wenn ihr die Torte nachgebacken habt. Schickt sie mir einfach auf Facebook, auf Instagram oder auch gerne per E-Mail zu. Jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachbacken und Nachdekorieren und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss! Tschüss!